Wer hat der mich noch ran gerichtet? Status 6 E-Way, 2 Kollegen entführt. Perfekt! Oh, wow! Streife 3, Streife 5, Einsatzbefehl E-Way Handelszentrum und Stütze Kollegen. Streife 3. Ah! Streife 5 dabei, ELW. Wie kann man sich denn jedes Mal hops nehmen lassen? Ich werde nie hops genommen. Ah, da eigentlich eine Polizei... Im Short, wir haben 1874 im Einsatz Short, bitte belege in 1874 im Einsatz Short. Einsatz Short, check, check. Check, check. Streife 1 sprechen Sie. Sind die jetzt mitgenommen worden oder nur hops genommen worden? Siehst du was auf dem GPS? Wir wurden mitgenommen, keine GPS-Signale außer die GPS-Signale von Herrn Collins. Aber der ist ja der, der uns gerade gemeldet hat. Dann warum haben wir keinen Funkwechsel? 345, sprechen Sie? Ja, einmal Funkwechsel, Grundkollegen hausgenommen, komm. Funkwechsel wird durchgeführt, komm. Äh, Sie müssen keinen Sprechwunsch anfordern? Frag ich, äh, wir beide verfolgen, Richtung der letzte Richtung in bekannte Fluchtrichtung, oder? Ne, müssen Sie nicht, wir sind die Einsatzleitung. Wiederholen Sie, mein Kollege redet so viel. Also, die letzte bekannte Fluchtrichtung mit Anfahren, also den Kollegen aufgabeln, der nicht entführt wurde, komm. Ja, erst den Kollegen, erst sichern was wir haben. Ja, verstanden. Ähm, haben wir einen Funkwechsel drin? Jo. Gut, achte mal nicht, dass hier was kommt. Ich mein, die können natürlich jetzt theoretisch überall sein. Also, einen Kollegen haben wir wieder, oder was? Das hab ich jetzt leider auch nicht mitbekommen. Ich hab nur auf jeden Fall verstanden, dass ein Kollege mit Hobbs genommen wurde. Der zweite weiß ich nicht. Ich glaub, das ist dann der Streifenpartner, der Herr Collins. Check. Dann gucken wir noch mal kurz nach. Äh, Fragen schon von EEW. Welche Kollegen sind jetzt vermisst? Beziehungsweise, wie viele Kollegen werden jetzt vermisst? Äh, drei Stück. Die 79, die 01 und die 33 Gang. Check. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich an irgendeiner Garage und zatteln um. Die sind hier. Die sind hier. Die sind hier. Funk. In 5 Short. Am Flughafen ist der geflüchtete Mercedes in der Nähe. Fluggeräte Garage. Ja, drei auf dem Weg. Zwei Minuten sind wir da. Ey, die müssen hier noch in der Nähe sein. Die hätten wir da wegfahren sehen. Aktuell. Kein Sichtkontakt von der Person. Nur das Fluchtfahrzeug. Die müssten hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht sind die Richtung... Funken. Leitstelle funkt. Äh. Ähm. Handyordnung von der 01 085 951 Gang. Wo ist das? Ähm. Ich wollte die Namen rein und holen. 085 Trennung 951 Gang. 1 5 1. Bestätige. Komm. Das ist... Das ist am Flughafen noch. Wo am Flughafen? Wo? Ja, ich markiere das sofort. Das ist circa auf unsere Höhe jetzt. Irgendwo hier vorne rechts ist die letzte Ordnung. Gut. In den Gebäuden. Äh. Status 6. Äh. Einsatzleitung. Am Flughafen. Grüne Gebäude. Personen vor Ort. Die sind hier drin. Hier in den grünen Gebäuden sind die. Umstellen bitte. Ihr fahrt hinten an. Umstellen. Der Schlüssel zu ihrem Traumhaus. Gut. Umstellen. Von Südost. Was war der Short Short? Leitstelle. Geben sie ein Dispatch raus, dass die Personen in den grünen Gebäuden sicher geben sollen. Und Sperrezone direkt. Verstanden. Ja, Sperrezone sind hier für ein Gründnis. Info an die L. SA ist raus. Die Kollegen wurden anscheinend niedergeschlagen. Auf wie geht das oder so? Ich arbeite dran. Ich gebe Deck rum. Sie haben Schussbefehl bei sich. Kontakt. Verstanden. 03 auf Berg. Nordöstlich. Position 086949. Ja, wir bestätigen dann hier vor Ort höchste Vorsicht an alle Einheiten. Also ich komme raus. 080. Ja, ich wiederhole nochmal. 03 ist auf dem Berg. Direkt gegenüber. Südöstlich. Nordöstlich. Entschuldigung. Also wenn das hier clear ist, ist es das nächste, ne? Ist das clear? Das ist clear, ja. Das zweite Gebäude clear, dann ist es im dritten. Oh Gott, wir gehen unten rein. Hier sind Türen offen. Im südlichsten sind wir momentan, strafferei. Eventuell Schritt oder vielleicht wart ihr es auch? Bin ich auf dem Balkon sehr wahrscheinlich. Ich bin hier draußen bei euch, ich bin hier draußen bei euch. Also die Seite zum Rollfeld ist komplett oben. Wie waren nochmal die genauen Koordinaten? Die genauen Koordinaten sind meine Position. Welcher Kollege wird denn geortet? Die 01. Die 01 ist hier vor Ort. 01 ist der einzige Kollege, der nicht mit eingesackt wurde. Leitstelle, Sie geben uns eine Ordnung von einem Kollegen, der hier mit uns das Gebäude cleart übrigens. Verstanden, mir wurde gesagt, ich soll die 01 ordnen können. Er hat ihm das gesagt, komm. Die 01 kann. Blauer Mercedes hinter unseren Fahrzeugen. Richtung Custom unterwegs. Gut, dann ordnen Sie jetzt bitte die Kollegen, die nicht mehr da sind. In von Leitstelle ist entspricht dann der 79 oder der 33. Mein Gott. Das ist ja peinlich, Anna. Hinter uns war gerade ein blauer Mercedes. Auffällig. Ja. Beobachtet. Da habe ich falsch herumfahren sehen. Oh mein Gott, Anna. Da. Die Info von der Einsatzleitung, sie verteilt sich ein bisschen bitte in zweier Kolonnen immer. Und dann warten Sie auf weitere Einsatzbefehle. Erstmal Code 2, beziehungsweise Code 1 im Status 6. Status 6 bitte. Check. Ja, ich würde dann das Streifen halten bleiben. Einen von der 3er Streifen unternehmen, das wir 2er Streifen haben. Ja, bestätigt. Was ist mit der 19? Wo sind die? Die steht hier. Rampner, dann lass uns mal gleich rüber zum Airfield. Dann holen wir einen Heli. Du nicht. Schaut von der Marke. Gibt es da nicht irgendeine Phasebeschreibung? Deswegen kommst du da runter, dann machen wir zusammen Heli. Wir beide. Negativ. Wir haben keinerlei Informationen. Möglicherweise sogar Hubschrauber. Derzeit wird ein Hubschrauber besetzt. Information an Leitstelle von Einsatzleitung. Wir besetzen einen Hubschrauber. Die Einheiten melden sich sofort bei Ihnen. Gut. Und ob das... Ah. Oha. Was machen die da? Ah, da sind die... Der Hubschrauber fliegt dann direkt rüber. 48 für Leitung. Ja, Hubschrauber kümmert sich bereits. Einsatzleitung übernimmt. Na, verstanden. Wir brauchen grad zu Fuß. Ähm. Wollen wir eigentlich mit dem Ding Off-Roads fahren? Nicht da oben. In vor dem Longhineer flüchtig mit einem weißen Prowler Richtung Hauptstadt. Eine Langwaffe beziehungsweise am Ende. Wir legen hinter uns mitkommen. Verstanden. Weißer Prowler. Weißer Prowler. In vor Richtung Einzeichen für den Heli. Info an Heli. Offenbar Richtung Fille da. Abnetzstrich in die Richtung gemacht. Weitere Info an Heli. Vermutlich hab ich die am Freitag schon mal per Overwatch verfolgt. Die werden nach einer Zeit auf euch schießen. Haben wir so mit. Aber wenn die anderen halten, dreht einmal kurz ab. Dann sogar hab ich mich am Freitag auch überlebt. Frage, übernehmen Streifen abtransporten von den zwei Kollegen. Dann würde Eli direkt auch zurückgehen. Ja, die Freistreife hinter mir, die übernimmt. Die zweite, die zu mir gehört, die fährt mir nach. Check. Verstanden. Check. Die haben die im Endeffekt auch bloß für Skier abgefarmt, wa? Ja. Kommt davon für die, die die Sachen bauen. Richtung Brawler. Ach, Brawler war es, genau. Ja, geht das genauer? 071 933. Direkt unter Overwatch. Äh, das ist hier der Endplusweg, also jetzt. Frage EL, welche Streife die dritte oder die zweite, beziehungsweise die erste oder die zweite hinter ihn fährt hinter ihnen her. Das weiß die Streife selber. Streife 1. Ausfahrt. Ja, fragen die jetzt gerade die ganze Zeit offfahrt oder kommen die uns gleich entgegen? Infokollegen, der Brawler liegt auf dem Dach. Vermutlich sind die zu Fuß unterwegs. Hier, markier mal bitte, wo das ist. Äh, markiere. Wurde schon markiert. Jo, 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 jo. Verstanden. Ja, da ist der Brawler, die sind zu Fuß. Wir haben Sichtkontakt. Overwatch, bitte unbedingt Aufklärung. Ja, also keine Wettersichtung. Das war's raus, ne? Ja, ja. Am besten so schnell wie möglich Kennzeichen kontrollieren. Wir haben noch eins. Äh, ich weiß. Okay, dann gib ihm. Renn, 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 renn. Go, 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 go. Kennzeichen unterwegs. Am besten gleich der Leitschild ist durchgehend für Otto. Bestätigt. Schauen Sie mal zum Tunnel. Einmal Nikolaus im Long und Phil Hill. Leitschild bitte einmal die Personenorten. Break, break. Das ging im Einsatz short. Punkt Long. Leitschild bitte, Herr Nikolaus sowie Phil Hill einmal Orten. Das sind die Täter, die wir suchen können. Braucht ihr nicht. Handy haben die ausgemacht. Check. Sichtung, Sichtung. Kontinanten, komm sofort. Ja, ja. Sichtung, Jungs, komm. 068 932 unterm Orange. Zwei schwarz gekleidete Personen. Wir bestätigen. Lassen. Gut, da oben sind sie. Auf geht's. Ich bin unter dir. Steigt ins Auto. Schaut, ob er da hochkommt. Los geht's. Laufend den steilen Berg hoch. Leitschild, wir haben Sichtung mit dem Status 671 933 auf dem Berg. Berg-Overwatch-Sichtung. Kann jemand ne Pistole ins Auto legen mit paar Magazinen? Ja, einfach am Berg. Ja, ja. Ich hab sie noch. Ja. Das Magazin. Weiter in Richtung... Westen, Nordwesten. Die links müssen wir eigentlich um hoch. Ich würde sagen, wir kommen nicht schon. Wir müssen laufen. EL, wenn Sie schauen auf der Karte, gebraucht waren Händler, da führt dann Feldweg hoch auf die richtige Seite der Straße. Die Bahn hat sich irrenlos und kann uns einfach auf den Hinterkopf gehauen. Brake, Shadow Explorer hinter euch. Laufend den Fuß hinter euch, den Berg hoch. Jetzt müssen wir den Berg hoch. Jo, ja. Jungs, höchste Vorsicht und Ruhe. Los. Wir müssen von eurer Seite aus nach Denkloch. Rechts von euch, links von euch. Einer hat sich nicht weit offen. Rechts. Frage, Schussbefehl. Check. DL, Schussbringer haben wir Fragen. Ja, check. Rechts von euch im Ballen. Geh mal weiter nach rechts. Laufen weiter. Laufen weiter. Wieder Feuer auf Helis. Laufen weiter. Laufen weiter. Laufen weiter nach links. Gleich hoch. Platz hin. Geht noch ein kleines Haus. Streifen drei ist direkt da. Schuss es ist blau da. Nehmen von eure Seite aus rechts um aus. Tango down, ein Tango down Einer läuft noch direkt unter dem Video, freier Fläche Nebenfolgs down, nebenfolgs down Down, down, down Tango down, ein Tango down Was ist der zweite? Information im Short Shot, blau am Erz, hinter Overwatch, schlicht um Phinidad Steht neben Bahn, bewegt sich Fahrrad rein Okay, vor euch, safety Tango down, Tango down Sicht auf Mercedes Oder Audi Das ist eine Audi Bei dir Information im Short, der Audi wurde auch eben am Airfield gesichtet, komm Ja, check, keine Schussfreigabe derzeit End von Short, wieder von Phil, hier gemacht Check, tragt die Beine mal bitte zusammen Leitstelle benötigen RTH, zwei Schwerzverletzte Personen Offroad 61,935, zwei Täter niedergeschossen 61,935 RTH, also korrekt 61,935 Bestätiger Ende 63,939 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.